auf zur besten runde ich würde ich sogar schon sehr nah oder was schneller und ein der teufel weg ist es ist auch ein scheiß drecksacke ja hier ist auch munition falls du brauchst du kannst du auch nehmen ich nehme den rest ja ich wusste gar nicht dass man nicht zu zweit da was rausholen kann also wasser map ist auch nicht ohne finde ich das stimmt hier ist auch munition cool meine ist voll ja meine auch super und gleich nächste wie die dann nicht total zermatscht ja die wasser map ist krass weil die auch so dicht bewachsen ist und so dass man sie gar nichts ja absolut ich dachte eben hier rechts hätte einer geschossen aber gut reagiert gleich weg wir sind aber fett im feuergefecht da hinten oh hier ist schon der schweinchen das drücken wir noch oder klar das gibt jetzt auf die fresse das oink oink ich höre schon wieder so wie es da rumläuft hier gibt es noch mal energie spinne wird verbannt wo ist denn dieses schwein ist das ganze oben oder ich glaube eher unten nur geht es unten lang ja 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 hier geht es runter jetzt geht es gleich los hier das schweinchen scheint ja auch nicht zu sein ist merkwürdig ist er doch oben aber hier gibt es munition oh hast du gehört draußen ist wer ja draußen haben sie geballert aber sehr nah ich mach mal auf und da das ist doch hier oben irgendwo seine und hier genau wenn man hört ihn ja auch irgendwie das war ich noch mal zwei zombies platt gemacht nicht dass sie wieder von hinten auf die schulter klopfen da da ist da ist der ist hier drin also ich sehe es sogar durchs fenster aber ich du kannst ihn sogar von außen anschießen ich habe ihn gerade getroffen ja Alter, die halten echt immer ordentlich was aus Ich bin noch erstmal rausgerannt Gib mir erstmal eine Spritze Oh, da ist einer, ein Gegner mit einem Pfeil Der hat mich erschossen Also es sind Gegner drin jetzt Scheiße Da ist er Hast du den gesehen, den Gegner? Ja, ich dachte ich komme weg, aber Scheiße Dasete Dasete